Musik Ich erkläre euch heute, wie eine Pflanzensurzspritze UX funktioniert. Jetzt fällt der Trecker und möchte sich die Maschine holen. Ich drehe die Kutzung runter und jetzt mache ich den Fuß runter. Hier wird das Wasser eingefüllt. Bei der richtigen Maschine wird das nicht hier oben reingefüllt, sondern hier unten mit einem Schlauch reingefüllt. Das Wasser kommt aus dem Hüttraten oder aus einem Gewässer. Bei der Spitzmaschine kommt kein ganzer Liter rein. Da kommt höchstens ein halber Liter rein, stimmt's? Das ist die Einspielschleuse. Das ist die Pumpe. Und diese Pumpe wird von dem Traktor in der Pferd eingetrieben. Und das ist die Bedienabentur. Da gucke ich jetzt nochmal rein. Und beim Spielzeug müssen die Kinder hier oben pumpen und beim Echten da ist das Depot mit der Schwarze. Dann fällt man zum Feld. So, das ist warm. Jetzt habe ich das Gestänge auseinander. Das andere Seite. Ich glaube gerade die Gestänge. Und gleich das hier auseinander. Und ein bisschen absinken. Klappen. Und jetzt das hier auseinander. Das Gestänge wird jetzt mit Hydraulikzylinder ausgeklappt. Hier wird die Maschine eingeschaltet und ausgeschaltet. Wenn man hier hinten einsaltet, dann kommt hier unten Wasser raus. Aus den Gestänge. Und wenn man das hier voll wieder aufhaltet, so wie es jetzt ist, dann kommt hier kein Wasser raus. So, pass auf, pass auf, pass auf, die Kamera. Pass auf. Kamera. 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 Jana. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.